Musik Auch gut, aber hier können wir weiter nach hinten Ach ja, mir wurde übrigens ein Screen geschickt von dem Klassenshade, als ich kurze Zeit draußen war An dieser Stelle mal, Tim, ein Grüße gehen an dich raus Du bist ein Vollidiot, du bist einfach ein Vollidiot Ich will mich jetzt nicht aufregen, aber du weißt, was du geschrieben hast Du bist einfach ein Vollidiot Gut, habe ich das gesagt? Wir reden mit Sandy Hallo Warum, hey da, ich bin Sandy und was du vor dir sehen kannst, ist das Zukunft Das Zukunft sieht ein bisschen wie eine Lumpel von Slimeblocken Ah, nicht die Lumpel verlieben, das hier ist eine genügend Fliegelmachin Puh, was kann man denn nehmen? Plying machine, huh? Does it actually... You better believe it, but, uh, only straight up for now Wow, so I guess you don't mind heights then I'd be a little scared going way up in the sky like that Ha, yeah, scared? Who's scared? I'm not scared of heights at all I'm lying, I'm totally terrified of them And yet you wanna fly? What can I say? The heart wants what the heart wants Well, I'll leave you to it, looks like you've got a lot of work to do Well, good chatting with you, but I better get back to work Those skies aren't gonna explore themselves Na gut Oh no, oh no, 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 so high, going so very high I'm sorry I'm sorry Ja, tut mir leid, aber es weifert zu... That's okay, now that the fear has completely paralyzed me, I'm almost enjoying myself How are your friends about my invention? Spend ages on it! Werde ich Oh, wir können jetzt öffnen Nothing worth a shot, I guess Schade Schade, schade Okay, dann reden wir noch mit der Autofarmerin, denk ich mal Did Sandy just take off? Oh, I never thought she'd actually be able to do it Oh, you didn't She's in a better place Yeah, crazy, right? She just took off Guess she just really wanted to fly Anyway You must be here to see my incredible autofarmer Why waste time planting sugarcane, but it could be planting itself Autofarming, huh? What's the deal with that? Oh, it's real simple Planting sugarcane takes time With my system, that's time you save and put right back in your rhetorical time pocket Okay You gotta repeat her Nein Sorry, already used all mine I got some redstone torches, though Oh I've really gotta see Eligard Oh, I see Trying to prove how much you want the spot as her protege so I'll be intimidated? Well, it's not working I'll just be going, then If you need a better way to plant sugarcane, you know where to look Hey, thanks for taking care of that cow-launching nutjob over there The constant splashing and mooing was driving me nuts Here, take these as a token of my gratitude That's some primo crafting material right there Awesome, thanks Cool You have to compound Now find the crafting table Ja, is ja sehr hard zu finden Da muss man ja wirklich nur eine halbe Grundseite haben, um den zu verfehlen Ja, I can do this Redstone repeater Redstone repeater Redstone repeater Ja, is ja auch so hard Also, ich hab nie wirklich Minecraft aktiv gespielt und selbst ich als absoluter Vollnub weiß, dass das so ist Aber, never mind Das hier hin, das hier hin, das hier hin Und schon noch ein kleines Theater hergestellt Done Pretty nice Ich hab nie mit mir selbst Ja, das war eigentlich gar nicht so schwer, aber man kann auch an dem Spiel sehen, es ist auch mehr für Kinder gedacht Ich werde mich mal demnächst an, ich denke, mal für Walking Dead heransetzen Aber gut, da haben wir hier alles gemacht Ich würde sagen, auf geht es Wir hauen mal unseren Repeater rein Okay, das ist ein Schritt in die richtigen Richtung Naja, und jetzt ist es ja einfach nur, er hat ja den mittleren bewegt, ne Switch ist auf Das klingt nicht super gut Ja, klar, jetzt gucken wir an Okay, rechts ist immer gut Bam, Tür öffnet Wer hat's gefallt Aber ich muss trotzdem noch links öffnen Switch ist auf Wow Okay, gut, gut Dann würde ich sagen, lass uns hochgehen Ruben, mein schweinischer Freund Folge uns Wow, hier ist es Eligards Redstone Laboratory Wieviel Geld Das ist eher wie ein Entfernung oder ein Foyer oder was Oh 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 Ich hoffe, sie kann tatsächlich uns helfen Okay Ha, es funktioniert, wuhu, ich dachte, wir kommen da nicht durch. Alter, wie viele Materialien? Wo kriegt die die alle her? Das könnte das größte Redstone-Geschichte sein, das ich in meiner Leben gesehen habe. Oh ja, du kannst das wieder sagen. Oh, schade, ich dachte, ich kann es jetzt wiederholen. Ja, was sind diese Dinge denn für? Vielleicht, ich weiß nicht, wir haben Dinge aufgelöst, wir haben Intrudern, es gibt viele Möglichkeiten. Es ist ja nicht so das Schwerste, ich würde mal sagen. Erstmal anschauen. Ja, würde ich sagen, benutzen wir das nochmal. Okay, almost. Definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Dann gleich. Ja. Ah, dann war's. Auf hier. Uh-huh. Sie ist moving a lot of different ingredients around here. Hey, look at all this, huh? Whatever she's working on, if it requires all of these ingredients, it must be something really, really big. I own the understand train station. I don't want to alarm you, Olivia, but I have no idea, what I'm looking at here. I don't know what it is yet either. That's why I'm studying it. Come on, let's keep moving. Ooh, Lava curtain. That's awesome. Zipper, look at, erstmal anschauen. Das ist das Wichtigste. Gut, Anstrengung hat nichts gebracht. Vielleicht wäre es sinnvoll, mit ihr zu reden. So nah an meeting Elagard. Getting excited? Like, wie du es nicht glauben würdest. Ich frage mich, was du wirklich in person sein würdest. Kann ich den jetzt drücken? Ja, hier, geht doch. Jetzt drücken wir mal den Knopf. Wuhu! Was? Das? Ja. Ich frage mich, warum sie sogar diesen Circuit hat. Das frage ich mich halt irgendwie auch. Gut, das Wichtigste ist, einfach nochmal anschauen, weil es eben ein Knopf ist. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal in den Zipper. Nachdem wir natürlich angeschaut haben. Das muss immer sein. Okay, rein mit uns. Wenn man nur so auch im Real-Life-Wasser schwimmen könnte. Stell ich mir irgendwie richtig krass vor. Alter, Verwalter. Sieht das krass aus. Das ist so, wie ich es so träumte. Entfernt Elagards Laboratorium, sehen sie, genau da. Sie wird mich gefragt, dass sie ihre Apprentice sein wird. Und die nächste Sache, wie du weißt, werden wir zusammen die Welt verändern. Let's just try to save the world first. Time to pace back and forth and check the systems. Inventory request. Operational. Checkt ihr überhaupt was? Delivery latency? Speedy. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn ich abends Musik höre und irgendwie lerne, dann kriege ich das auch erst, wenn meine Mama im Zimmer ist. Okay, alright. Hier we go. Und mich auf die Schuhe da drücken. Whoa, hi! Hey! Didn't see you sneaking up on me. That's the point. Don't touch anything in here, okay? It's all supremely fragile and genius. Did Calvin send you? You my new assistants? New assistants with a stupidly adorable pig, that is. Jessie? She thinks we're her new assistants. This is so exciting. Elagard. No time for specifics, I'm afraid. Hey, you. Goggle girl. Switch on that T-flop circuit to activate the delivery chutes. And you, non-goggle guy? Grab me a blaze rod and an iron block. She wants me to do something for her. What if I screw it up? What if I... Oh, I feel lightheaded. Wow. Now I need an assistant to help with my assistant. Think you can handle it on your own? Ich denke schon. Noch da? Olivia? Olivia, can you hear me? I don't think that I've ever fainted before. Ugh, so embarrassing. Everything working over... Oh, hmm. Fine, I'll just do it myself then. Ach komm, aufheft find ich wichtiger. Und das haben wir schon mal gesehen. Oh, komm. Big winner, big winner, big. Loser! Ugh. Trial number 6451. Another bust. Now, about you three. Eh, your friend here. Does she fall over frequently? Is this gonna be a regular occurrence? I... No. No, I'm sorry. I was just so excited to... And with me always pacing around, lost in my own brilliant thoughts, I could have tripped over you and conked my brain. Brilliant thoughts. Yeah, yeah. Gone. Elagard, we've actually got much bigger problems to deal with. We're actually here to get your help. There's a giant wither storm, and it's attacking the entire world. A wither what? What are you talking about? Who sent you? Was it Calvin? Ähm... Calvin? Ich denke, man sollte antworten. Gabriel sent me. Look, you both seem like very pleasant people who are prone to fainting, but I simply don't have the brainpower for this. I'm in the middle of my greatest project to date. A powerful block, capable of altering reality itself. I'm so close, I can practically taste it. And it tastes like victory. I know that making a command block probably seems like a great idea, but you really don't want to do that. Wait, 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 wait. Hey, how do you know what a command block is? Not to seem belittling, but we are talking about some mega, ultra genius level stuff here. We've seen one up close before. It was Ivor's. He's done something terrible with it. The world needs the order of the stone. That's why we're here. Oh, 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 oh. Alles klar. Die ist so blöd. You're the ones who brought this. It came up, no note or anything, and I was terribly curious about where it had come from. Yes, the amulet. Gabriel gave it to me. That's how we found you. He did? So could we have that back? Sure, whatever. I don't even like the amulets. Yes, this is serious indeed. All the more reason why I need to finish my command block. I can use it to fight this Witherstorm monster thing or whatever. Yes, this is the originator of invention. And that monster is my necessity for inventing. Of which I am the originator. Is that even possible? Can you really do that? This is the Eligard you're talking to. Who is me? If you're confused. And I, Eligard, will make a command block today. Your Witherstorm problem was created by a command block, yes? That means a command block could be the perfect way of beating it. And maybe you will help me make one. It's going to work this time. I can feel it. Right here, in my brain. I fell too. But that's a new one for the spiel. I'm the genius, Eligard. Let's get started. Fantastic. Wir gönnen uns. Und auf geht es. Wir schaffen das, Leute. Auch wenn ich mich frage, was genau sie da eigentlich draufhaut. Ja, dass dahin, dass dahin, dass dahin, dass dahin. Na, vielleicht etwas war, das passieren soll. Ruben, mein Freund. Auf geht es. Die Spannung steigt. Und wir haben es wieder verknallt. Ja, Ruben. Und wieder erneut. Wieder ein paar Hebel betätigen. Wieder ein paar Zutaten nehmen. Auf ein erneutes alles da reinsetzen. Auf ein erneutes wieder alles machen. Funktioniert es dieses Mal? Ja, wir drücken hier. Scheiße. Äh. What? Ich drücke die Pause. Ich drücke doch nur Kuh. Weißt du, was es vorher kommt? Hä, ich habe doch eh gedrückt. Okay, okay, excellent. Good. This is so exciting. Terribly exciting. Has it gotten this far before? No, never. Is it destabilizing? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, scheiße. Helicar, come on! Scheiße. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Tut leid, ich sollte nicht fluchen. Nein, let's go. Oh mein Gott. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh, wir waren so knapp dafür. We need to go. We need to get to the portal. Oh, wie hat er uns gefunden? So, so sorry. Wie hat er uns gefunden, der Widerstorm? Alter! Alter! Alles klar. Oh, scheiße. Parcours! Oh, ich würde sagen, lass uns hier rauskommen. Die Kühe, nein! Die arme Kühe. Oh mein Gott. Ah, nein, nein, nein. Ah, nein, ich will nicht sterben. Nicht jetzt. Nicht zum Ende. Oh, scheiße. Rennen. Oh, fuck. Schneller. Alter, verdammt. Oh mein Gott. Cool. Alter, Vater. Ja, das war vielleicht doch eine ganz gute Idee. Scheibenkleister. Scheibenkleister, Scheibenkleister, Scheibenkleister. Wir waren so knapp davor. Verdammt. So knapp. Okay, nur ein bisschen weiter. Oh, ja. Wow. Wer geht da? Oh, Jesse? Ist das du? Alter Schwede. Lucas, hast du alles gebaut? Das sieht krass aus. Well, ja. Ich habe gedacht, ich würde versuchen, das Ort zu fortifieren, du weißt? Nice. Ich bin so glücklich, dass du zurück bist. Und wir haben Elagard gebracht. Fantastisch. Quick, komm, komm. Du, ihr werdet niemals glauben, wer auf den Weg gebracht hat, während du weg bist. Wie geil. Oh, ich dachte, wir haben die Falle. Nice, bruh. Nice. How's it going? Ich bin so glücklich, dass du okay bist, Petra. Cool. Ja, ich bin ziemlich glücklich. Und es ist wirklich gut, dass du dich sehen kannst, Jesse.